Vicky der Entdecker von Runa Jonsson Ein furchtbarer Orkan bläst das Wikingerschiff wie eine Nussschale über das Meer. Vicky wird mit dem Segel einfach weggepustet und wäre fast verloren gegangen. Endlich landen die Männer an einer unbekannten Küste. Die Einheimischen hier nennen sich Winkers, tragen Federn im Haar und sind so freundlich, dass die Wikinger sich schnell mit ihnen anfreunden. Aber da taucht plötzlich der hinterhältige Snobbe Goldlocke mit seinen Männern auf. Und Vicky muss sich etwas einfallen lassen. Der Schwede Ruder Jonsson, gestorben 2006, war Journalist und Autor von etwa 50 Büchern. Mit Vicky, der seit Jahrzehnten Kinder im TV begeistert, hat er einen absoluten Kinder-Dauerbrenner geschaffen, der ihm sogar den Deutschen Jugendliteraturpreis einbrachte. Vicky der Entdecker ist der vierte Band der Originalgeschichten. Ein Vorleselieblingsbuch mit vielen farbigen Bildern. Vicky der Entdecker von Runa Jonsson erscheint im Ellermann Verlag für 12,95 Euro.